so hallo und herzlich willkommen zum kleinen neuen unboxing auf meinem kanal ich habe heute bock drauf auf was schönes mal zu machen und deswegen testen wir heute mal hier von magigam die kaugummi zuckerweite die schmeckt bestimmt gut ich bin gespannt und da gibt es auch zwei verschiedene einmal hier die und einmal die ich habe aber bock auf die weil die besser ist tatsächlich ja also ich hab mal wieder bock drauf auf dem unboxing mache ich zwar gerne aber manchmal ist ein bisschen untypisch auf manchen halt aber es macht hier wieder mal spaß und ich hoffe auch ihr wird auch mal ein wenig das machen möchte okay ich hoffe auch manchmal spaß macht okay dann machen wir auf die verwaltung die fand ich überlegt nur ein pickel nach hier leute ist ein und bilder da warte da genau ist ein pickel weil ich weiß nicht ein pickel an der hand ist scheiße aber was soll es gut und dann los so sieht sie dann aus hier lecker tschüss ja so ist gut jetzt spieler ja ich ich mache gleich ja ich komme gleich so spieler einmal ja tschüss einmal hier selbst und dann probieren wir mal genau tschüss tschüss ja ja richtig geil oh mein gott das geil oh mein gott das müsste man probieren leute ist also sehr gut ich wäre besser als das andere das besser ich auf jeden fall ja ja ich bin ganz gut leute doch ich werde sehr gut leute ist also ich gebe da waren fünf von fünf sternen perfekt bis nächsten mal bei ultra viel spaß zu machen ich hoffe auch ihr habt spaß gehabt servus